Wey, woderschönen guten Tag zurück zu Among the Sleep Wir sind ja immer noch, ähm, sagen wir mal, auf der Flucht Vor dem komischen Ding Ich renne jetzt einfach mal Keine Ahnung, aber gleich werde ich ja nicht mehr rennen können Weil ich mich gleich bestimmt wieder auf die Fresse lege Siehste, sag ich ja Aber diesmal werden wir das bestimmt schaffen Hoffe ich jetzt einfach mal Wir müssen hier das Ding rausziehen Komm, zieh raus Danke, dann müssen wir hier hoch Und dann nehmen wir nämlich den Schlüssel Äh, ja Und packen den da rein Hoffentlich hat er jetzt auch gespeichert Oder speichert er jetzt mal eben Denn Ich möchte das eigentlich nicht nochmal machen Wir haben jetzt ja, äh, zweimal sind wir gestorben Oder dreimal sind wir gestorben Weiß ich jetzt schon gar Äh, gar nicht mehr Guckst du was? Gegen de komische Dinge Oder wegen de komischen Dingen halt Oh, die Geräusche sind am schlimmsten hier, ne? Echt wahr Nein, 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 nein gottseidank ich hab gedacht jetzt sterben wir wieder also zwischendurch ist das spiel doch ein bisschen ein bisschen adrenalin kriegt man da schon so letztes puzzleteil und dann haben wir das ding hier fertig so so und das ist auch wieder eine erinnerung oder was teddy guck mal her was ist das hier auch nee das sieht doch nicht so aus wenn das irgendwie jetzt mal ganz im ernst das sieht doch nicht so aus als wenn wir das hier überleben oder ich wollte testen ob wir jetzt immer noch sterben oder ob man jetzt hier vielleicht also das ist jetzt hier wie so eine art labyrinth habe ich das richtig wir müssen dem ding irgendwie entkommen wo ist der denn alter eh ist ja kaum laut ne nicht richtig tut mir leid hat das jetzt vielleicht gerade ein bisschen lauter ist aber ich weiß auch gerade nicht ich weiß weder hat er ich weiß auch nicht wo wir hin müssen und es ist einfach übelst laut hier ich sehe ihn leider auch gerade gar nicht ich sehe ihn leider auch gerade gar nicht wenn ich mal wüsste wo wir hin müssen wir müssen auf jeden fall hier unten bleiben wir steht schon mal fest wir müssen auf jeden fall uns hier unten irgendwie voran arbeiten ich ducke mich die ganze zeit auch so hässlich eh ich sag mal ich will mich nicht drucken mal ich brauche mich nicht drucken war denn das? Jo. Alter, auf damit! Geh doch! Ich weiß jetzt halt auch nicht wohin, ne? Wieso geht das nicht? Oh Mann ey! Das klingt so super nah, wa? Wieso geht das nicht? Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, wo ich hin muss. Und das Ding ist garantiert hier direkt irgendwie... Also, so langsam kriege ich ja so ein Gefühl dafür, wie die Umgebung hier aussieht, aber... Ich weiß absolut nicht, was das soll. Ach mein Gott! Kommen wir erstmal leer rüber. Wo ist der Pimmel? Wir müssen auf die andere Seite. So viel ist klar. Aber wie? Und wo ist der jetzt? Oh! Aber mit dem Headset hört sich da immer so an, als wenn der direkt neben einem steht, ey! Wo ist der Pimmel? Wo ist der Pimmel? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Wo ist der Pimmel? Aha! Lauf, 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 lauf! Erstmal wieder hin und hocken, Alter! Boah, ich muss mal einen Schluck trinken, tut mir leid. Ah! Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal auf der anderen Seite. Oh mein Gott, ey! Herzglauber ist da hoch 10. Ich weiß halt nicht... Wie geht es hier weiter? Hier ist nix. Wir werden da... Aha, da müssen wir hin. Ich will mich nicht umdrehen, der ist direkt hinter mir. Sieht der mich hier? Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank, Alter. Sind wir noch nicht safe? Wir müssen hier durch. Hä? Komm schon! Komm, ich gehe da durch, mein Gott, ey! Die nächste Erinnerung. Renn, 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 renn! Huhuhuhu! Es ist dein Puck. Oh, komm mal! Ich bin zufällig, sagte der Rappen. Der Rappen schreit und schreit. Sie schreit so viel, dass ihre Träume auf dem Boden fielten. Von der Welle. Okay, das war schon äh... Das war schon was cooler. Muss ich zugeben. Wir sind immer noch hier. Ah, okay. Ah, so. Damit haben wir nochmal 3 von 4. Huiiii! Was auch immer das heißt. Jo. Frag mich nicht, aber das ist das erste Mal, das war wirklich... War das sie? Teddy? Oh Mann. Hey, es wird so schön sein, wenn wir mit all dem alles sind. Und wir können zusammen spielen. All die Zeit. Ja, das ist wahr. Da hast du recht. Aber der ganze Scheiß hat erst angefangen, seitdem du hier bist, also... Irgendwas wird da 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 so oder ne? So. Zack. Was erwartet uns denn jetzt? Ja, komm mal gleich. Ja, komm mal gleich. Was erwartet uns denn jetzt? Ja, komm mal gleich. Was erwartet ein Mann. Wuii! Cargando! Cargando! Was auch immer das heiße Mann. Hä, ne Lampe, die... Hä? Ich hab so das Gefühl, dass das Ding hier wieder irgendwo rumläuft. Aber das ist eine sehr komische Welt. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist alles kreuz und quer und nix macht Sinn. Zum Beispiel die Lampe, die an der Wand hängt, anstatt irgendwo zu stehen. Muss ich ziehen oder drücken? Oh, oh. Ne? Oh, ich dachte, jetzt passiert irgendwas. Oh, da müssen wir da gar nicht lang. Das ist interessant. Hm. Also da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Freddy! Ja, hoch hier. Hopp. Schaffst du das nicht oder was? Aha. So, jetzt werden wir das Ding hier mal befreien. Ist klar. Und jetzt geht das Ding hier die ganze Zeit hin und her, oder was? Was soll das? Ich war da nicht. Ich war da nicht. Und damit wir das nochmal eben klarstellen. Ich weiß auch nicht. Alter. Na gut. Alter. Also das äh, mich gerade wieder ein bisschen am Portal 2, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn das hier natürlich ganz anders aussieht, aber... Keine Ahnung. Könnt das hier mit auch? Schade. Ein sehr, sehr seltsames Level. Glaub ich. Sehr komisch. Und ich mach jetzt hier erstmal einen Cut. Und hier machen wir gleich genau weiter. Und dann schauen wir mal. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.